Der Narr liest die Pappschachtel, ein Sherlock-Holmes-Kriminalabenteuer von Sir Arthur Conan Doyle. Bei meiner Auswahl typischer Fälle, welche die außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten meines Freundes Sherlock Holmes illustrieren, habe ich mich soweit als möglich bemüht, denjenigen den Vorrang zu geben, die möglichst wenig Sensationelles enthielten, zugleich aber ein dankbares Feld für die Anwendung seiner Fähigkeiten boten. Unglücklicherweise ist es jedoch ein Ding der Unmöglichkeit, das Sensationelle, säuberlich vom Kriminellen zu scheiden, und der Chronist, der es trotzdem versucht, befindet sich ständig in dem Dilemma, dass er entweder gewisse Details, die für seinen Bericht wesentlich sind, beiseite lassen und so einen falschen Eindruck von der Sache vermitteln, oder aber Themen behandeln müsste, die ihm der Zufall und nicht seine eigene Wahl an die Hand gegeben hat. Nach diesen einführenden Worten will ich mich nun meinen Notizen zu einem Fall zuwenden, der sich als eine merkwürdige und zugleich außerordentlich verhängnisvolle Verkettung von Ereignissen erweisen sollte. Es war ein glühend heißer Tag im August. Die Baker Street war wie ein Backofen, und das gleißende Licht der Sonne auf dem gelben Gemäuer des gegenüberliegenden Hauses tat den Augenweh. Kaum zu glauben, dass dies dieselben Mauern waren, die im Winter so düster durch den Nebel lugten. Unsere Roulons waren halb heruntergelassen, und Holmes lag mit angezogenen Beinen auf dem Sofa und las zum wiederholten Male einen Brief, den er mit der Morgenpost erhalten hatte. Was mich betrifft, so war ich durch meine Dienstzeit in Indien gegen Hitze besser abgehärtet denn gegen Kälte, und ein Thermometerstand von 90 konnte mir nichts anhaben. Indes die Morgenzeitung bot nichts von Interesse. Das Parlament hatte Sommerpause. Alle hatten die Stadt verlassen, und ich sehnte mich nach den Lichtungen des New Forest oder nach dem Strand von South Sea. Mein leeres Bankkonto hatte mich meine Ferien verschieben lassen, und was meinen Gefährten betraf, so vermochte weder das Land noch das Meer auch nur die geringste Anziehungskraft auf ihn auszuüben. Für ihn gab es nichts Schöneres, als inmitten von fünf Millionen Menschen auf der Lauer zu liegen und seine Fäden zu spinnen, die sich überall hin verzweigten und von jedem noch so leisen Gerücht oder Anzeichen eines ungelösten Verbrechens in Schwingungen versetzt wurden. Sinn für die Natur zählte nicht zu seinen vielen Gaben, und er kam einzig dann zu einer Luftveränderung, wenn er seinen Geist vom Bösewicht der Stadt abwandte, um dessen Bruder auf dem Lande nachzustellen. Da ich den Eindruck hatte, dass Holmes für ein Gespräch mit mir zu absorbiert war, warf ich die unersprießliche Zeitung beiseite, lehnte mich in meinem Lehnstuhl zurück und verfiel in Grübeleien. Plötzlich schreckte mich die Stimme meines Gefährten aus meinen Gedanken auf. »Sie haben recht, Watson«, sagte er, »wirklich eine ausgesprochen unsinnige Art, einen Konflikt beizulegen.« »Ausgesprochen unsinnig«, rief ich aus, doch mit einem Mal kam mir zu Bewusstsein, dass er meinen innersten Gedanken ausgesprochen hatte. Ich setzte mich in meinem Sessel auf und starrte ihn ungläubig staunend an. »Was ist das denn, Holmes?« rief ich. »Das übersteigt jetzt aber wirklich mein Vorstellungsvermögen.« Er lachte herzlich über meine Verblüffung. »Sie werden sich daran erinnern«, sagte er, »dass ich Ihnen vor nicht allzu langer Zeit jene Passage, aus einer von Poe's Skizzen vorgelesen habe, wo ein logischer Geist dem unausgesprochenen Gedankengang seines Gefährten folgt, und dass Sie dies als einen Gewaltakt des Autors abtun wollten. Und als ich Ihnen entgegenhielt, genau das sei eine meiner ständigen Gewohnheiten, gaben Sie Ihrem Unglauben Ausdruck. Aber nein, keineswegs? Vielleicht nicht mit Ihrer Zunge, mein lieber Watson, aber ganz bestimmt mit Ihren Augenbrauen. Und als ich vorhin sah, wie Sie Ihre Zeitung beiseite warfen und sich von Ihren Gedanken wegtragen ließen, war ich sehr froh, dass ich mir eine Gelegenheit bot, dieselben abzulesen und mich schließlich in sie einzumischen, zum Beweis dafür, dass ich mit Ihnen in Verbindung gestanden hatte. Damit war ich jedoch noch keineswegs zufrieden. In dem Beispiel, das Sie mir vorgelesen haben, war es doch aber so, dass der Logiker seine Schlüsse aus den Handlungen des Mannes zog, den er beobachtete. Wenn ich mich recht erinnere, stolperte dieser über einen Steinhaufen, blickte zu den Sternen auf und dergleichen mehr. Ich hingegen habe die ganze Zeit über ruhig in meinem Stuhl gesessen. Was für Hinweise könnte ich Ihnen denn damit gegeben haben? Sie tun sich selber unrecht. Die Gesichtszüge sind dem Menschen verliehen worden, auf das er damit seine Gefühle ausdrücke, und die Ihren versehen diesen Dienst durchaus getreulich. Wollen Sie damit sagen, Sie hätten mir den Gang meiner Gedanken von den Gesichtszügen abgelesen? Von Ihren Gesichtszügen und insbesondere von Ihren Augen. Womöglich können Sie sich gar nicht mehr entsinnen, was der Ausgangspunkt Ihrer Tagträumereien war. Nein, das kann ich nicht. Dann will ich es Ihnen sagen. Nachdem Sie die Zeitung beiseite geworfen hatten, was meine Aufmerksamkeit auf Sie lenkte, saßen Sie eine halbe Minute lang mit ausdruckslosem Gesicht da. Dann heftete sich Ihr Blick auf das frisch gerahmte Bild von General Gordon, und aus Ihrem veränderten Gesichtsausdruck konnte ich ersehen, dass eine Gedankenkette Ihren Anfang genommen hatte. Sie verfolgten Sie jedoch nicht sehr weit. Plötzlich wandte sich Ihr Blick dem ungerahmten Porträt Henry Ward Beechers zu, das dort drüben auf Ihren Büchern steht. Dann glitt Ihr Blick an der Wand hoch, und was das zu bedeuten hatte, war ganz offensichtlich. Sie dachten, mit einem Rahmen wäre dieses Porträt wie geschaffen dafür, den leeren Platz auf der Wand auszufüllen und das Gegenstück zu dem Bild von Gordon darzubilden. »Sie sind mir ja ganz wunderbar gefolgt«, rief ich aus. Bis hierhin war es auch kaum möglich, fehlzugehen. Nun aber wandten sich Ihre Gedanken wieder Beecher zu, und Sie blickten scharf zu ihm hinüber, als wollten Sie seinen Charakter aus seinen Zügen erschließen. Dann verloren Ihre Augen diesen angestrengten Blick wieder, Sie schauten aber noch immer zu ihm hinüber, und Ihr Gesicht wirkte ganz nachdenklich. Sie riefen sich die einzelnen Stationen von Beechers Lebenslauf in Erinnerung. Es war mir klar, dass Ihnen unweigerlich auch jene Mission einfallen würde, die er während des Bürgerkrieges im Auftrag der Nordstaaten erfüllt hatte, denn ich weiß noch gut, wie sehr der Empfang, der ihm seitens des hitzigeren Teiles unserer Bevölkerung zuteil geworden war, Sie entrüstet hatte. Sie hatten sich damals so sehr ereifert, dass ich wusste, Sie würden nicht an Beecher denken können, oder dass Ihnen diese Sache in den Sinn käme. Als ich dann einen Augenblick später bemerkte, dass Ihr Blick von dem Bild abschweifte, vermutete ich, dass Ihre Gedanken sich dem Bürgerkrieg zugewandt hatten, und als ich den entschlossenen Zug um Ihre Lippen, das Funkeln Ihrer Augen und Ihre zu Fäusten geballten Hände sah, war ich davon überzeugt, dass Sie des Heldenmutes gedachten, den beide Seiten in diesem verzweifelten Kampf bewiesen haben. Dann aber verdüsterte sich Ihre Miene wieder, und Sie schüttelten den Kopf, Sie sinnierten über all das Grauen und Entsetzen über diesen sinnlosen Verschleiß an Menschenleben, Ihre Hand tastete verstohlen nach Ihrer alten Wunde, und Ihre Lippen verzogen sich zu einem verächtlichen Lächeln, was mir zeigte, dass Ihr Geist sich der Lächerlichkeit einer solchen Methode der Bewältigung internationaler Verwicklungen nicht länger verschließen konnte. An diesem Punkt pflichtete ich Ihnen bei, dass das Ganze unsinnig sei, und stellte mit Vergnügen fest, dass all meine Deduktionen richtig gewesen waren. »Absolut richtig«, sagte ich, »und ich muss Ihnen gestehen, dass mir die Sache jetzt, da Sie alles erklärt haben, nicht minder verblüffend vorkommt als zuvor.« »Ein simpler Taschenspielertrick, mein lieber Watson, glauben Sie mir. Ich hätte Sie nicht damit belästigt, hätten Sie sich neulich nicht so ungläubig gezeigt. Aber mir liegt hier ein kleines Problem vor, dessen Lösung sich als schwieriger erweisen dürfte, als mein bescheidener Versuch im Gedankenlesen. Ist Ihnen bei der Zeitungslektüre die kurze Notiz aufgefallen, über den außergewöhnlichen Inhalt eines Päckchens, das einer Miss Cushing aus der Cross Street in Croydon mit der Post zugestellt worden ist? »Nein, ich habe nichts dergleichen gesehen.« »Nun, dann muss sie Ihnen entgangen sein. Schmeißen Sie mir doch mal die Zeitung herüber. Hier ist sie ja, direkt unter dem Wirtschaftsteil. Würden Sie so gut sein, sie mir vorzulesen?« Ich nahm die Zeitung, die er mir wieder hingeworfen hatte, und las den betreffenden Artikel vor. Die Überschrift lautete »Ein grausiges Paket«. Miss Susan Cushing, wohnhaft in der Cross Street in Croydon, wurde gestern das Opfer eines Vorfalles, der als außerordentlich geschmackloser Streich betrachtet werden muss, sofern sich nicht herausstellt, dass es damit noch Ernsteres und Grausigeres auf sich hat. Gestern Nachmittag um zwei Uhr wurde ihr vom Postboten ein in braunes Packpapier eingeschlagenes Päckchen überbracht. Darin befand sich eine Pappschachtel, die mit grobkörnigem Salz gefüllt war. Als Miss Cushing dieses auslehrte, fand sie zu ihrem Entsetzen zwei offensichtlich erst vor kurzem abgetrennte menschliche Ohren darin vor. Die Schachtel war am vorhergehenden Morgen per Paketpost von Belfast abgeschickt worden. Es gibt keinen Hinweis auf die Identität des Absenders, und die Angelegenheit erscheint um so rätselhafter, als Miss Cushing, eine alleinstehende Dame von fünfzig, seit jeher ein zurückgezogenes Leben geführt hat und so wenige Bekannte oder Briefpartner hat, dass es für sie eine Seltenheit ist, überhaupt Post zu bekommen. Vor einigen Jahren allerdings, als sie noch in Pensch lebte, hatte sie in ihrem Hause drei junge Medizinstudenten zur Untermiete, welchen sie sich später aufgrund ihres lärmigen und ungebührlichen Betragens zu kündigen gezwungen sah. Die Polizei ist der Ansicht, dass diese Schandtat gegenüber Miss Cushing von diesen jungen Leuten verübt worden sein könnte, die vielleicht noch immer einen Groll gegen sie hegten und hofften, ihr mit diesen Überresten aus dem Seziersaal einen Schrecken einjagen zu können. Diese Theorie wird durch die Tatsache erhärtet, dass einer der Studenten aus Nordirland stammte, und zwar, soviel Miss Cushing sich erinnert, aus Belfast. Zurzeit sind die Ermittlungen in dieser Sache in vollem Gang. Zuständig für den Fall ist Mr. Lestrat, einer unserer allerfähigsten leitenden Kriminalbeamten. »Soviel zum Daily Chronicle«, sagte Holmes, als ich mit dem Lesen geendigt hatte. »Nun zu unserem Freund Lestrat. Ich habe heute Morgen einen Brief von ihm erhalten, in dem er mir Folgendes mitteilt. Es scheint mir, dass dieser Fall ganz auf ihrer Linie liegt. Wir hoffen zuversichtlich, die Sache bald aufzuklären, was uns jedoch gewisse Schwierigkeiten macht, ist einen ersten Ansatzpunkt für unsere Arbeit zu finden. Selbstverständlich haben wir dem Postamt in Belfast gekabelt, aber an jenem Tag wurde eine große Menge von Paketen aufgegeben, und sie verfügen über keine Unterlagen, mit denen sich dieses bestimmte Paket oder die Person, die es aufgegeben hat, identifizieren ließe. Bei der Schachtel handelt es sich um eine Halbpfundschachtel Honeydew-Tabak, die uns in keiner Weise weiterhilft. Die Theorie mit den Medizinstudenten erscheint mir noch immer als die plausibelste. Sollten Sie indes ein paar Stunden erübrigen können, so wäre es mir eine große Freude, Sie hier draußen begrüßen zu dürfen. Ich werde den ganzen Tag entweder in dem Hause selbst oder auf der Polizeiwache zu finden sein. Was meinen Sie, Watson, wäre es Ihnen möglich, der Hitze zu trotzen und mit mir nach Croydon hinauszufahren, um der geringen Chance willen, dass dabei ein Fall für Ihre Chronik herausschaut? Ich brenne schon die ganze Zeit darauf, etwas zu tun zu bekommen. Das können Sie haben. Läuten Sie nach unseren Stiefeln und geben Sie Anweisung, eine Droschke zu bestellen. Ich bin gleich wieder hier. Ich muss nur meinen Schlafrock ablegen und meinen Zigarrenetui nachfüllen. Als wir im Zug saßen, ging ein Regenschauer nieder und in Croydon war die Hitze weit weniger drückend als in der Stadt. Holmes hatte ein Kabel vorausgesandt und so wurden wir von Lestrade, der so drahtig, geschniegelt und frettchenhaft wie immer wirkte, am Bahnhof erwartet. Nach einem Fußmarsch von fünf Minuten erreichten wir die Cross Street, wo Miss Cushing wohnte. Es war eine sehr lange Straße mit zweistöckigen Backsteinhäusern, alle hübsch und gepflegt, mit weiß gestrichenen Steintreppen und kleinen Gruppen von Schürzen tragenden Frauen, die vor den Türen einen Schwatz hielten. Als wir die Hälfte der Straße hinter uns gebracht hatten, hielt Lestrade an und klopfte an eine Tür, die von einem zierlichen Dienstmädchen geöffnet wurde. Miss Cushing saß im Vorderzimmer, in das wir eingelassen wurden. Sie hatte ein sanftes Gesicht, große, gütige Augen und grau gesprengeltes Haar, das sich auf beiden Seiten um ihre Schläfen schmiegte. An ihrem Schoß lag ein mit Stickereien verziertes Schondäckchen, und neben ihr auf einem Stuhl stand ein Körbchen mit buntem Seidengarn. »Sie sind draußen im Schuppen, diese entsetzlichen Dinger«, sagte sie, als Lestrade eintrat. »Ich wollte, Sie würden sie mit allem drum und dran fortschaffen.« »Das werde ich auch, Miss Cushing, ich habe sie nur so lange hier behalten, damit mein Freund Mr. Holmes sie in ihrem Beisein ansehen kann.« »Wieso in meinem Beisein, Sir?« »Mit dem Fall, dass er Ihnen irgendwelche Fragen stellen möchte.« »Was hat es denn für einen Sinn, mir Fragen zu stellen, wenn ich Ihnen doch sage, dass ich nicht das Geringste über die Sache weiß?« »Ganz recht, Madame«, sagte Holmes auf seine besänftigende Art. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie in dieser Angelegenheit schon mehr als genug belästigt worden sind.« »Allerdings, Sir! Ich bin ein friedliebender Mensch und führe ein zurückgezogenes Leben. Ich bin es nicht gewohnt, meinen Namen in der Zeitung zu lesen und die Polizei im Hause zu haben. Diese Dinger kommen mir nicht mehr ins Haus, Mr. Lestrade. Wenn Sie sie ansehen wollen, müssen Sie sich schon in den Schuppen bemühen.« Der Schuppen war ein kleiner Verschlag in dem schmalen Gartenstreifen hinter dem Haus. Lestrade ging hinein und kam mit einer gelben Pappschachtel, einem Stück Packpapier und einer Schnur zurück. Am Ende des Gartenweges stand eine Bank. Wir nahmen alle darauf Platz und Holmes begann die Gegenstände, die Lestrade ihm einen nach dem anderen reichte, in Augenschein zu nehmen. »Die Schnur ist außerordentlich interessant«, sagte er, während er sie gegen das Licht hielt, und daran roch. »Was sagt Ihnen diese Schnur, Lestrade?« »Sie ist mit Teer behandelt worden.« »Ganz recht. Es ist ein Stück geteerten Zwirns. Zweifellos ist Ihnen auch aufgefallen, dass Miss Cushing die Schnur mit einer Schere aufgeschnitten hat, wie sich aus den beidseitig ausgefransten Enden ersehen lässt. Das ist von entscheidender Wichtigkeit.« »Ich sehe nicht, was daran so wichtig sein sollte«, sagte Lestrade. »Wichtig daran ist, dass der Knoten dadurch unversehrt geblieben ist und dass dieser Knoten von ganz besonderer Art ist.« »Er ist sehr sauber geknüpft. Das habe ich bereits in meinen Notizen festgehalten«, sagte Lestrade selbstgefällig. »So viel also zur Schnur«, sagte Holmes mit einem Lächeln. »Dann wollen wir uns jetzt der Verpackung der Schachtel zuwenden. Braunes Packpapier mit einem deutlichen Geruch nach Kaffee. Was? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Ich denke, das steht doch außer Frage. Adresse in ziemlich unregelmäßigen Druckbuchstaben Miss S. Cushing Cross Street Croydon. Geschrieben mit einer breiten Feder, vermutlich einem J, und einer sehr billigen Tinte. Das Wort Croydon ist zuerst mit einem I geschrieben worden, das dann zu einem Y abgeändert wurde. Das Paket wurde also von einem Mann abgeschickt. Diese Druckbuchstaben entstammen eindeutig einer männlichen Hand. Ein Mann von geringer Bildung, dem die Stadt Croydon kein Begriff ist. So weit, so gut. Bei der Schachtel handelt es sich um eine gelbe Honeydew-Schachtel im Halb-Pfund-Format, an der er abgesehen von zwei Daumenabdrücken in der linken unteren Ecke nichts Auffälliges festzustellen ist. Sie ist mit grobkörnigem Salz gefüllt, wie es zur Konservierung von Tierhäuten und für andere kommerzielle Zwecke der gröberen Art verwendet wird. Und darin eingebettet finden sich diese höchst eigenartigen Beilagen. Bei diesen Worten nahm er die zwei Ohren heraus und begutachtete sie eingehend auf einem Brett, das er sich über die Knie gelegt hatte, während Lestrade und ich uns rechts und links von ihm nach vorn beugten und bald die grässlichen Überreste, bald das nachdenkliche, angespannte Gesicht unseres Gefährten betrachteten. Schließlich legte er sie wieder in die Schachtel zurück und saß dann eine Weile lang in tiefes Nachdenken versunken da. »Gewiss ist Ihnen aufgefallen«, sagte er endlich, »dass die Ohren kein Paar bilden.« »Ja, das habe ich bemerkt. Aber falls es sich um den Streich einiger Studenten aus dem Seziersaal handelt, so dürfte es denen ja kaum schwerer fallen, zwei verschiedene Ohren zu verschicken als ein Paar.« »Ganz recht.« »Nur, dass es sich nicht um einen Streich handelt.« »Sind Sie da sicher?« »Es spricht zu vieles stark dagegen. Den Leichen im Seziersaal wird eine Konservierungsflüssigkeit eingespritzt. Diese beiden Ohren weisen keinerlei Spuren davon auf. Zudem sind sie ganz frisch. Sie sind mit einem ziemlich stumpfen Instrument abgeschnitten worden, was wohl kaum der Fall sein dürfte, wenn ein Student es getan hätte. Überdies würde ein medizinisch gebildeter Mensch wohl Carbolsäure oder Spiritus als Konservierungsmittel wählen, ganz gewiss nicht grobkörniges Salz. »Ich sage es noch einmal. Wir haben es hier nicht mit einem Streich zu tun. Wir untersuchen hier ein ausgewachsenes Verbrechen.« Ein unbestimmbarer Schauder durchrieselte mich bei diesen Worten meines Gefährten und angesichts des finsteren Ernstes, der seine Miene verhärtete. Dieses blutige Vorspiel schien von einer seltsamen und unerklärlichen Gräueltat zu künden, die noch im Dunkeln lag. Lestrat indessen schüttelte den Kopf wie jemand, der nur halb überzeugt ist. »Gewiss, lässt sich einiges einwenden gegen die Streichtheorie,« sagte er, »aber gegen die andere gibt es noch weit gewichtigere Argumente. Wir wissen, dass diese Frau die letzten zwanzig Jahre sowohl in Pench als auch hier ein äußerst ruhiges und ehrbares Leben geführt hat. Während all dieser Zeit hat sie ihr Heim kaum je für einen Tag verlassen. Warum in aller Welt sollte also ein Verbrecher auf die Idee kommen, ihr diese Beweisstücke seiner Schuld zu übersenden, da doch sie, es sei denn, sie ist eine ganz vollzügliche Schauspielerin, die Sache ebenso wenig begreift wie wir.« »Genau das müssen wir herausfinden,« erwiderte Holmes, »und ich für meinen Teil werde davon ausgehen, dass meine Schlüsse richtig sind und dass ein Doppelmord begangen wurde. Eines dieser beiden Ohren ist ein Frauenohr, klein, zart, geformt und perforiert für einen Ohrring. Das andere stammt von einem Mann. Es ist sonnenverbrannt, ungleichmäßig pigmentiert und ebenfalls perforiert. Diese beiden Personen sind sehr wahrscheinlich tot, denn sonst hätte ihre Geschichte längst die Runde gemacht. Heute haben wir Freitag. Das Paket wurde am Donnerstagmorgen aufgegeben. Das heißt, dass sich die Tragödie am Mittwoch oder am Dienstag, wenn nicht sogar früher, ereignet hat. Wenn diese zwei Menschen ermordet worden sind, wer anders als der Mörder könnte dann Miss Cushing dieses Zeichen seiner Tat geschickt haben. Wir können also voraussetzen, dass der Absender des Paketes der Mann ist, den wir suchen müssen. Er muss jedoch einen zwingenden Grund dafür gehabt haben, Miss Cushing dieses Paket zu senden. Aber was für einen! Vielleicht geschah es, um ihr mitzuteilen, dass die Tat vollbracht war, oder er wollte ihr Kummer bereiten, aber in diesem Fall müsste sie wissen, wer der Täter ist. Weiß sie es? Ich glaube kaum. Wenn sie es wüsste, weshalb sollte sie dann die Polizei beiziehen? Sie hätte diese Ohren ja einfach vergraben können, und kein Mensch hätte je davon erfahren. Dies hätte sie getan, wenn sie den Täter decken wollte. Will sie ihn aber nicht decken, so wird sie doch seinen Namen preisgeben. Hier liegt ein Widerspruch, welcher der Auflösung bedarf. Dies alles hatte er mit lauter und erregter Stimme vorgebracht und dabei mit leerem Blick zum Gartenzaun hinübergeschaut. Jetzt aber sprang er jählings auf und ging dem Haus zu. Ich habe ein paar Fragen an Miss Cushing, sagte er. Dann darf ich mich jetzt wohl von Ihnen verabschieden, sagte Lestrade, denn ich habe sonst noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ich glaube kaum, dass ich von Miss Cushing noch mehr erfahren kann. Sie finden mich auf der Polizeiwache. Wir werden unterwegs zum Bahnhof bei Ihnen vorbeischauen, erwiderte Holmes. Einen Augenblick später standen er und ich wieder in dem Vorzimmer, wo die Lady immer noch ruhig und unerschütterlich an ihrem Schondäckchen stickte. Als wir eintraten, legte sie ihre Arbeit in den Schoß und blickte uns mit ihren blauen Augen offen und fragend an. Ich bin fest überzeugt, Sir, sagte sie, dass hier ein Irrtum vorliegt und dass dieses Paket gar nicht für mich bestimmt war. Ich habe das dem Gentleman von Scotland Yard immer und immer wieder gesagt, aber er hat mich bloß ausgelacht. Meines Wissens habe ich keinen einzigen Feind auf dieser Erde, weshalb sollte mir also jemand einen solchen Streich spielen? Auch ich gelange mehr und mehr zu dieser Überzeugung, Miss Cushing, sagte Holmes und nahm neben ihr Platz. Es scheint mir mehr denn nur wahrscheinlich, dass... Er brach mit einem Satz ab. Ich wandte den Kopf und sah erstaunt, dass er mit größter Aufmerksamkeit das Profil der Dame studierte. Einen Augenblick lang war in seiner Miene sowohl Überraschung als auch Befriedigung zu lesen, als sie jedoch den Kopf wandte, um zu ergründen, weshalb er nicht weitersprach, war seine Haltung schon wieder so gesetzt wie eh und je. Ich begann nun meinerseits ihr glanzloses, angegrautes Haar, das schmucke Häubchen, die vergoldeten Ohrringe und die sanften Züge zu mustern, vermochte jedoch nichts zu entdecken, was die sichtliche Erregung meines Gefährten erklärt hätte. Es gäbe da ein, zwei Fragen. Ha! Ich bin der Frage so müde, rief Miss Cushing ungehalten. Sie haben doch zwei Schwestern, glaube ich. Wie können Sie das wissen? Beim Betreten dieses Zimmers ist mir sogleich aufgefallen, dass Sie ein Gruppenbild von drei Ladies auf dem Kamin-Sims stehen haben, deren eine ganz unzweifelhaft Sie selbst sind, während die beiden anderen Ihnen so sehr ähneln, dass die Verwandtschaft gar nicht angezweifelt werden kann. Ja, Sie haben ganz recht, das sind meine Schwestern, Sarah und Mary. Und hier gerade neben mir ist ein weiteres Porträt aufgenommen in Liverpool, das Ihre jüngere Schwester in Begleitung eines Mannes zeigt, der, nach seiner Uniform zu schließen, Stuart auf einem Schiff ist. Wie ich sehe, war Ihre Schwester zu diesem Zeitpunkt unverheiratet. Sie sind ein sehr aufmerksamer Beobachter. Das ist mein Metier. Nun, Sie haben ganz recht. Aber ein paar Tage danach haben Sie und Mr. Browner geheiratet. Er hat auf der Südamerika-Linie gearbeitet, als diese Aufnahme gemacht wurde. Aber er war Mary dermaßen zugetan, dass er es nicht ertragen konnte, sie immer so lang allein zu lassen. Und so hat er zur Liverpool-London übergewechselt. Ist er etwa auf der Conqueror? Nein, auf der Mayday, so viel ich zuletzt gehört habe. Jim ist einmal hier gewesen, um mich zu besuchen. Es war, als er noch Abstinenzler war. Aber nachher hat er wieder zu trinken angefangen, sobald er an Land war. Und nach ein paar Gläsern war er jeweils völlig außer sich. Weiß Gott, es war ein Unglückstag, als er das erste Mal wieder zum Glas gegriffen hat. Zuerst hat er mich links liegen lassen, dann hat er mit Sarah Streit. Und jetzt, wo Mary nicht mehr schreibt, haben wir keine Ahnung, wie es um die beiden steht. Es war offensichtlich, dass Miss Cushing auf ein Thema gekommen war, das ihr sehr nahe ging. Wie die meisten Leute, die ein einsames Leben führen, war sie anfangs zurückhaltend gewesen, um mit der Zeit immer redseliger zu werden. Sie erzählte uns allerlei über ihren Schwager, den Stuart, kam dann auf ihre ehemaligen Untermieter, die drei Medizinstudenten, zu sprechen, berichtete uns des Langen und Breiten von ihren Missetaten und nannte uns auch ihren Namen, sowie die der Spitäler, in denen sie arbeiteten. Holmes hörte sich all dies aufmerksam an und warf hin und wieder eine Frage ein. Was ihre andere Schwester Sarah betrifft, sagte er, so wundert es mich, dass sie, da sie doch beide alleinstehend sind, nicht einen gemeinsamen Haushalt führen. Ach, du meine Güte, sie kennen Sarah nicht und ihre Launen, sonst würden sie sich überhaupt nicht wundern. Als ich nach Croydon kam, da habe ich es versucht und bis vor ungefähr zwei Monaten ist das gegangen, aber dann mussten wir uns einfach trennen. Ich will ja nichts Schlechtes über meine eigene Schwester sagen, aber sie hat schon immer ihre Nase überall reinstecken müssen, und an allem immer etwas zu nörgeln gehabt, die Sarah. Sie haben erwähnt, dass sie mit ihren Verwandten in Liverpool Streit bekommen hat? Ja, und dabei waren sie noch kurz zuvor ein Herz und eine Seele. Schließlich ist sie ja dorthin gezogen, um den beiden möglichst nah zu sein. Aber jetzt lässt sie an Jim Browner keinen guten Faden mehr. Die letzten sechs Monate, als sie hier war, hat sie von nichts anderem gesprochen, als von seiner Trinkerei und seinen Marotten. Ich kann mir vorstellen, dass sie mal wieder ihre Nase in Dinge steckte, die sie nichts angingen, und dass er sie erwischt und ihr mal tüchtig die Meinung gesagt hat. So wird das angefangen haben. Ich danke Ihnen, Miss Cushing, sagte Holmes, erhob sich und machte eine Verbeugung. Sagten Sie nicht, dass Ihre Schwester in der New Street wohnt, in Wallington? Auf Wiedersehen, es tut mir leid, dass Sie in einer Angelegenheit belästigt worden sind, mit der Sie, wie Sie ganz richtig sagen, nicht das Geringste zu tun haben. Als wir aus dem Haus traten, fuhr eben eine Droschke vorbei. Holmes hielt sie an. »Wie weit ist es nach Wallington?« fragte er. »Nicht mehr als eine Meile, Sir. Sehr gut. Schnell steigen Sie ein, Watson. Wir müssen das Eisen schmieden, solange es heiß ist. So einfach der Fall auch liegen mag, es gab dabei doch ein, zwei recht instruktive Details. Fahrer, halten Sie doch bitte unterwegs vor einem Telegrafenamt.« Holmes gab ein kurzes Telegramm auf und den Rest der Fahrt verbrachte er entspannt, in die Wagenpolster zurückgelehnt, den Hut zum Schutz gegen die Sonne tief ins Gesicht gezogen. Der Fahrer hielt vor einem Haus an, dass demjenigen, das wir eben erst verlassen hatten, recht ähnlich sah. Mein Gefährte bedeutete ihm zu warten und hatte den Türklopfer schon in der Hand, als die Tür sich öffnete und ein ernst dreinblickender junger Mann in schwarzer Kleidung und mit einem auffallend glänzenden Hut über die Schwelle trat. »Ist Miss Cushing zu Hause?« fragte Holmes. »Miss Sarah Cushing ist schwer krank,« erwiderte der andere. »Sie weist seit gestern Symptome einer äußerst besorgniserregenden Gehirnerkrankung auf. »Als zuständiger Arzt kann ich es in keiner Weise verantworten, jemanden zu ihr zu lassen. Ich würde Ihnen empfehlen, in zehn Tagen wieder vorzusprechen.« Er zog sich seine Handschuhe über, schloß die Tür hinter sich und marschierte davon. »Nun, wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht,« sagte Holmes gut gelaunt. »Vielleicht hätte sie Ihnen gar nicht so viel sagen können oder wollen. Ich bin nicht hierher gekommen, damit sie mir etwas sagt. Ich wollte sie mir lediglich ansehen. Es scheint mir indessen, dass ich nun alles beisammen habe, was ich wissen wollte. Fahrer, bringen Sie uns zu einem anständigen Hotel, wo wir etwas zu Mittag essen können. Und danach wollen wir unseren Freund Lestrat auf der Polizeiwache heimsuchen.« Im Verlauf des schmackhaften kleinen Mahles sprach Holmes über nichts anderes als über Geigen und erzählte mir mit großer Befriedigung, wie er seine Stradivari mit die mindestens 500 Guini wert sein mußte, für 55 Schilling bei einem jüdischen Pfandleiher in der Tottenham Court Road erstanden hatte. Dies brachte ihn auf Paganini und so saßen wir eine Stunde lang bei einer Flasche Claret und er erzählte mir eine Anekdote nach der anderen über diesen ungewöhnlichen Mann. Der Nachmittag war schon weit fortgeschritten und das heiße Sängen der Sonne hatte sich zu milder Wärme abgeschwächt, als wir bei der Polizeiwache anlangten. Lestrat erwartete uns bereits an der Tür. »Ein Telegramm für Sie, Mr. Holmes?« sagte er. »Ha, das muß die Antwort sein!« Hastig riß er es auf, ließ seinen Blick darüber hinweggleiten und stopfte es dann in seine Tasche. »Haben Sie etwas herausgefunden?« »Ich habe alles herausgefunden.« »Was?« Lestrat starrte ihn voll ungläubigen Erstaunens an. »Das soll wohl ein Scherz sein?« »Ich bin mein Lebtag nie ernster gewesen. Es ist ein entsetzliches Verbrechen begangen worden und ich glaube, es nun bis in alle Einzelheiten aufgedeckt zu haben. Und der Täter?« Holmes kritzelte ein paar Worte auf die Rückseite einer seiner Visitenkarten und warf sie Lestrat zu. »Da! Haben Sie seinen Namen!« sagte er. »Die Verhaftung kann allerdings frühestens morgen Abend erfolgen. Es wäre mir lieb, wenn Sie meinen Namen im Zusammenhang mit diesem Fall nicht in Erwähnung brächten, da ich es vorziehe, nur anlässlich von Verbrechen, deren Aufklärung eine gewisse Schwierigkeit bietet, genannt zu werden. Kommen Sie, Watson!« Damit machten wir uns gemeinsam zum Bahnhof auf, während Lestrat noch immer überglücklich auf die Karte starrte, die Holmes ihm hingeworfen hatte. »Dieser Fall!« sagte Holmes, als wir am Abend plaudernd und zigarrenrauchend in unserem Logis in der Baker Street zusammensaßen, gehört genau wie jene Ermittlungen, die Sie unter den Titeln »Eine Studie in Scharlach-Rot« und »Das Zeichen der Vier« aufgezeichnet haben, zu der Sorte, die einen dazu zwingen, von den Wirkungen auf die Ursachen zurückzuschließen. Ich habe Lestrat in einem Brief darum gebeten, uns all die Einzelheiten mitzuteilen, die uns noch fehlen und die ihm erst zugänglich sein werden, wenn er den Mann gefasst hat. Und da können wir uns getrost auf ihn verlassen, denn wenn er auch keinen Funkverstand hat, so ist er doch hartnäckig wie eine Bulldogge, sobald er einmal begriffen hat, was er zu tun hat. Tatsächlich hat er es eben dieser Hartnäckigkeit wegen bei Scotland ja zu weit gebracht. »Sie haben also noch nicht alles Material?« fragte ich. »Das wesentliche Material ist alles da. Wir kennen den Urheber dieser grässlichen Tat, wenn uns auch eines seiner Opfer noch unbekannt ist, aber gewiss haben sie sich ihr eigenes Urteil über die Sache gewildet. und ich nehme an, Sie haben Jim Browner, diesen Steward auf einem der Schiffe der Liverpooler Linie in Verdacht. Oh, es ist mehr als ein Verdacht. Und doch vermag ich nichts weiter, als äußerst vage Hinweise in diese Richtung zu sehen. Ganz im Gegenteil. Für mich könnte die Sache gar nicht klarer sein. Lassen Sie mich die wichtigsten Stationen rekapitulieren. Sie werden sich erinnern, dass wir diesen Fall gänzlich unvoreingenommen angegangen haben, was immer ein Vorteil ist. Wir hatten uns keine Theorien gebildet. Wir waren ganz einfach dort, um zu beobachten und aus unseren Beobachtungen Schlüsse zu ziehen. Was haben wir als erstes gesehen? Eine äußerst sanfte und ehrbare Lady, die gar nicht so aussah, als höhnte sie ein dunkles Geheimnis und ein Porträt, das mir zeigte, dass sie zwei jüngere Schwestern hat. Sogleich schoss mir der Gedanke durch den Kopf, diese Schachtel hätte für eine von Ihnen bestimmt sein können. Ich hob mir den Einfall für später auf, wenn ich ihn in aller Ruhe auf seine Richtigkeit hin überprüfen könnte. Dann gingen wir, wie Sie sich erinnern werden, in den Garten und sahen uns den höchst eigenartigen Inhalt der kleinen gelben Schachtel an. Die Schnur war von jener Qualität, wie sie von Segelmachern an Bord von Schiffen verwendet wird, und plötzlich schien ein Hauch Meeresluft durch unsere Untersuchung zu wehen. Als ich bemerkte, dass der Knoten von der Art war, wie sie bei Seeleuten Gang und Gäbe sind, dass das Paket in einer Hafenstadt aufgegeben worden war und dass das männliche Ohr eine Perforation für einen Ohrring aufwies, was bei Seeleuten weit häufiger anzutreffen ist als bei Landratten, hatte ich keinen Zweifel mehr, dass alle Figuren dieser Tragödie der Seefahrerzunft angehören. Als ich mich dann der Adresse auf dem Paket zuwandte, stellte ich fest, dass da Miss S. Cushing stand. Nun war zwar die älteste Schwester zweifellos eine Miss Cushing, und ihr Vorname fing wirklich mit einem S an, doch vielleicht mochte dies auch auf eine ihrer Schwestern zutreffen, sollte dies wirklich der Fall sein, so mußten wir die Zielrichtung unserer Untersuchung von Grund auf ändern. Ich ging also ins Haus zurück, um mir über diesen Punkt Klarheit zu verschaffen. Ich war eben im Begriff, Miss Cushing zu versichern, ich sei überzeugt, dass eine Verwechslung vorliege, als ich, wie Sie sich vielleicht erinnern werden, unvermittelt abbrach. Der Grund dafür war, dass ich in diesem Augenblick etwas entdeckt hatte, das mich mit Verwunderung erfüllte und unser Untersuchungsfeld beträchtlich kleiner machte. Als Mediziner wird es Ihnen nicht neu sein, Watson, dass kein anderer Teil des menschlichen Körpers so vielfältig in seinen Ausformungen ist wie das Ohr. Jedes Ohr ist in der Regel ganz und gar einzigartig und unverwechselbar. In der letztjährigen Ausgabe des anthropologischen Journals finden Sie zwei kurze Abhandlungen aus meiner Feder zu diesem Thema. Ich hatte deshalb diese Ohren mit den Augen eines Sachverständigen betrachtet und mir ihre anatomischen Besonderheiten sorgfältig eingeprägt. Stellen Sie sich nun meine Überraschung vor, als ich Miss Cushing anschaute und dabei plötzlich feststellte, dass Ihr Ohr ganz genau mit dem weiblichen Ohr übereinstimmte, das ich eben erst untersucht hatte. Die Ähnlichkeit war viel zu groß für einen Zufall, da war dieselbe Verkürzung der Ohrmuschel, dieselbe großzügige Biegung oben beim Ohrläppchen, dieselbe Windung des inneren Knorpels, in allen wesentlichen Zügen war es dasselbe Ohr. Selbstverständlich erkannte ich sogleich die enorme Wichtigkeit meiner Beobachtung. Das Opfer war ganz offensichtlich eine Blutsverwandte und zwar vermutlich eine sehr nahe. Ich fing deshalb ein Gespräch über ihre Familie mit ihr an und wie Sie sich erinnern werden, teilte sie uns sogleich einige außerordentlich wertvolle Details mit. Erstens einmal hieß ihre Schwester Sarah und ihre Adresse war bis vor kurzem dieselbe gewesen wie die ihre, so dass es nun ganz offensichtlich war, wie es zu der Verwechslung hatte kommen können und wer der eigentliche Adressat des Paketes war. Dann hörten wir von diesem Stuart, der mit der dritten Schwester verheiratet ist und erfuhren, dass er mit Miss Sarah eine Zeit lang auf so vertrautem Fuß gestanden hatte, dass diese nach Liverpool gezogen war, um in der Nähe der Browners zu leben, dass dann aber ein Streit sie entzweit hatte. Dieser Streit hatte die Beziehung zwischen ihnen für ein paar Monate völlig zum Erliegen gebracht, so dass Browner, sollte er Anlass gehabt haben, Miss Sarah ein Paket zu senden, es ohne Zweifel an ihre alte Adresse geschickt hätte. Damit aber begann sich die Angelegenheit auf wundersame Weise zu entwirren. Wir hatten diesen Stuart als einen impulsiven, von starken Leidenschaften beherrschten Menschen kennengelernt. Erinnern Sie sich nur daran, dass er einen, wie wir annehmen müssen, ganz ausgezeichneten Posten aufgegeben hat, um mehr bei seiner Frau sein zu können, einen Menschen zu dem, der sich hin und wieder übermäßig im Trunke hingab. Wir haben Grund zu der Annahme, dass seine Frau ermordet worden war und dass gleichzeitig auch ein Mann, und zwar vermutlich ein Seemann, ermordet worden war. Natürlich drängte sich einem da sofort der Gedanke an Eifersucht als Motiv für das Verbrechen auf, aber weshalb sollten dann diese Beweisstücke der Tat, ausgerechnet Miss Sarah Cushing, zugeschickt werden. Möglicherweise deshalb, weil sie während ihres Aufenthalts in Liverpool die Ereignisse, die zu der Tragödie führten, mit ins Rollen gebracht hatte. Sie werden feststellen, dass die Stationen der besagten Schifffahrtslinie Belfast, Dublin und Waterford sind. Mal angenommen, Browner hat die Tat begangen und ist dann unverzüglich an Bord seines Schiffes der Mayday gegangen, so wäre Belfast die erste Station, wo er sein entsetzliches Paket aufgeben könnte. An diesem Punkt angelangt, mussten wir selbstverständlich auch noch eine zweite Lösungsmöglichkeit in Betracht ziehen und obwohl diese mir als überaus unwahrscheinlich erschien, war ich entschlossen, ihr nachzugehen, ehe ich weitere Schritte unternahm. Es hätte sein können, dass ein abgewiesener Liebhaber Mr. und Mrs. Browner getötet hatte, das männliche Ohr wäre dann dasjenige ihres Gatten gewesen. Zwar gab es viele gewichtige Argumente gegen diese Theorie, aber es war zumindest vorstellbar. Ich sandte deshalb ein Telegramm an meinen Freund Algar von der Kriminalpolizei in Liverpool und bat ihn zu überprüfen, ob Mr. Browner zu Hause sei und ob Browner sich bei der Abfahrt der Mayday an Bord befunden habe. Danach begaben wir uns nach Wallington, um Miss Sarah einen Besuch abzustatten. Zunächst einmal war ich neugierig, wie ausgeprägt die Familienähnlichkeit bei ihrem Ohr sein würde. Zudem bestand natürlich die Möglichkeit, dass sie über sehr wichtige Informationen verfügte, wenn ich auch nicht recht daran glauben mochte, dass sie damit herausrücken würde. Sie musste tags zuvor von der Sache erfahren haben, denn ganz Croydon sprach von nichts anderem, und sie war der einzige Mensch, der wissen konnte, für wen das Päckchen eigentlich bestimmt war. Wäre sie gewillt gewesen, der Gerechtigkeit behilflich zu sein, so hätte sie sich wahrscheinlich schon längst mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Aber wie dem auch sein mochte, es war eindeutig unsere Pflicht, sie aufzusuchen, und so gingen wir denn hin. Es stellte sich heraus, dass die Nachricht vom Eintreffen dieses Pakets, ihre Krankheit war nämlich genau zu diesem Zeitpunkt ausgebrochen, bei ihr eine Hirnhautentzündung ausgelöst hatte. Damit stand eindeutig fest, dass sie die Sache in ihrer vollen Bedeutung verstanden hatte. Was aber ebenso feststand war, dass es noch einige Zeit dauern würde, ehe wir Unterstützung irgendwelche Art von ihr zu gewertigen hätten. Freilich stellten wir bald fest, dass wir gar nicht auf ihre Hilfe angewiesen waren. Die Antwort auf unsere Fragen lag auf der Polizeiwache schon für uns bereit, wo Algar sie meinen Anweisungen gemäß hingeschickt hatte. Die Sache hätte nicht eindeutiger sein können. Das Haus der Browners lag seit mehr als drei Tagen verlassen da, und die Nachbarn nahmen an, dass Mrs. Browner zu ihren Verwandten in den Süden gefahren war. Die Schifffahrtsgesellschaft hatte bestätigt, dass Browner beim Auslaufen der Mayday an Bord gewesen war, und wenn meine Rechnung stimmt, so sollte sie morgen Abend die Gewässer der Thämse erreichen. Wenn Browner ankommt, wird ihn unser begriffsstutziger, aber resoluter Lestrat in Empfang nehmen, und ich zweifle nicht daran, dass wir bald alle Details, die uns noch fehlen, erhalten werden. Sherlock Holmes' Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Zwei Tage danach erhielt er einen dicken Briefumschlag, der ein paar Zeilen aus der Hand des Detektivs, sowie ein mit der Maschine geschriebenes, sich über mehrere Seiten Kanzleipapier erstreckendes Dokument enthielt. Lestrat hat ihn wie erwartet erwischt, sagte Holmes zu mir aufblickend. Es interessiert Sie vermutlich zu hören, was er zu berichten hat. Mein lieber Holmes, gemäß dem Plan, den wir zwecks Überprüfung unserer Theorien entwickelt hatten, das Wir ist wirklich großartig, Watson, finden Sie nicht, machte ich mich gestern 18 Uhr auf zum Albert Dock und ging an Bord der SS Mayday, welche zur Liverpool Dublin und London Steam Packet Company gehört. Auf meine Anfrage hin wurde mir gesagt, dass ich ein Stuart namens James Browner an Bord befinde und dass dieser während der Überfahrt ein so eigenartiges Verhalten an den Tag gelegt habe, dass der Kapitän sich genötigt sah, ihn von seinen Pflichten zu dispensieren. Als ich zu seiner Kajüte hinabstieg, fand ich ihn in folgendem Zustand vor, den Kopf in die Hände vergraben, auf einer Kiste sitzend und sich unablässig wiegend. Er ist ein großer, kräftiger Bursche, glatt rasiert und von dunkler Gesichtsfarbe. Er erinnert mich ein wenig an Aldridge, der uns in der Affäre mit dieser angeblichen Wäscherei behilflich war. Als er hörte, was mich zu ihm führte, fuhr er auf und ich wollte schon meine Trillerpfeife an die Lippen setzen, um ein paar bereitstehende Leute von der Flusspolizei herbeizurufen, aber er schien keinen Mumm mehr zu haben und streckte seine Hände recht willig hin, um sich die Handschellen anlegen zu lassen. Wir überführten ihnen eine unserer Zellen, auch seine Kiste, da wir vermuteten, dass sie irgendetwas Belastendes enthalten könnte, aber abgesehen von einem langen, scharfen Messer, wie es die meisten Seeleute bei sich tragen, brachte uns diese Mühe nichts ein. Allerdings brauchen wir mittlerweile kein Beweismaterial mehr, denn als Browner dem Inspektor auf der Polizeiwache vorgeführt wurde, ersuchte er darum, eine Erklärung abgeben zu dürfen, die selbstverständlich Wort für Wort von unserem Stenografen mitgeschrieben wurde. Darauf ließen wir sie in dreifacher Ausfertigung mit der Maschine abschreiben und ein Exemplar davon liegt bei. Die Angelegenheit hat sich ganz meinen Erwartungen entsprechend als höchst einfach erwiesen, dennoch bin ich ihnen für die Unterstützung, die sie mir bei der Untersuchung dieses Falles angedeihen ließen, sehr verbunden, hochachtungsvoll, ihr sehr ergebener Lestrat. Haha, das war zwar in der Tat eine sehr einfache Untersuchung, bemerkte Holmes, aber ich glaube kaum, dass sie sich ihm schon am Anfang, als er uns um Beistand anging, in diesem Licht gezeigt hat. Nun, wie dem auch sei, wir wollen sehen, was Jim Browner vorzubringen hat. Dies hier ist die Aussage, die er gegenüber Inspektor Montgomery von der Polizeiwache in Shadwell gemacht hat, und sie hat den Vorteil, den genauen Wortlaut wiederzugeben. Ob ich was zu sagen habe? Oh ja, ich habe eine ganze Menge zu sagen. Ich muss mir die Sache von der Seele reden. Sie können mich hängen, oder sie können mich laufen lassen. Mir ist das so lang wie breit. Eins kann ich Ihnen sagen, seitdem ich es getan habe, habe ich kein Auge mehr zugemacht, und dabei wird's wohl bleiben, bis ich sie dereinst für immer schließen kann. Manchmal ist es sein Gesicht, aber meistens ist es ihres. Eins von beiden habe ich immer vor mir, die lassen mich nicht einen Moment in Ruhe. Er schaut finster und böse drein, aber auf ihrem Gesicht liegt so etwas wie Überraschung. Das arme, unschuldige Lämpchen, sie hatte allen Grund zu überrascht zu sein, als sie den Tod geschrieben sah, auf ein Gesicht, das kaum je anders als vor Liebe auf sie geblickt hatte. Aber das ist alles Sarahs Schuld, und möge der Fluch eines gebrochenen Mannes ihr Leben vergiften und ihr Blut in den Adern faulig werden lassen. Nicht, dass ich mich dadurch reinwaschen will. Klar hab ich wieder zu trinken angefangen, ich elendes Vieh, ich, aber sie hätte mir verziehen, sie hätte an mir festgehalten, wie das Tau an der Ankerwinde, wäre dieses Weib nie über unsere Schwelle getreten. Denn Sarah Cushing war in mich verliebt, da liegt doch der Hund begraben, sie hat mich geliebt, bis ihre ganze Liebe sich in giftigen Hass verkehrte, als sie merkte, daß mir ein Fußstapfen meiner Frau im Dreck mehr wert war, als sie mit Leib und Seele. Sie waren drei Schwestern, die älteste war ganz einfach, ein guter Mensch, die zweite war ein Teufel und die dritte ein Engel. Sarah war 33 und Mary 29 als wir heirateten. Als wir zusammenzogen waren, wir so glücklich, wie der Tag lang war, und in andere, bis sie schließlich wieder zugehörte. Ich war zu dieser Zeit Temperenzler und wir konnten etwas Geld auf die hohe Kante legen und alles glänzte wie ein frisch geprägter Dollar. Mein Gott, wer hätte das gedacht, dass es so enden würde, wer hätte sich das auch nur im Traum einfallen lassen. An den Wochenenden war ich meistens zu Hause und manchmal, wenn das Schiff im Hafen auf Fracht warten musste, hatte ich eine ganze Woche frei und so war ich auch oft um meine Schwägerin herum. Sarah war eine schöne, großgewachsene Frau, schwarzhaarig, rassig und temperamentvoll. Den Kopf trug sie stolz erhoben und sie hatte einen Blitzen in den Augen wie Funken aus einem Feuerstein. Aber wenn meine kleine Mary da war, hatte ich nur Augen für sie, das schwöre ich, so war ich auf Gottes Barmherzigkeit hoffe. Es kam mir zwar manchmal so vor, als wollte Sarah gerne mit mir allein sein oder sie versuchte mich zu einem Spaziergang mit ihr zu überreden, doch ich hatte mir nie etwas dabei gedacht. Eines schönen Abends aber gingen mir die Augen auf. Ich kam gerade von Bord und fand meine Frau nicht zu Hause, wohl aber Sarah. Wo ist Mary? fragte ich. Oh, die ist mal eben ausgegangen, um ein paar Rechnungen zu bezahlen. Ich konnte es kaum erwarten, sie zu sehen und ging unruhig im Zimmer auf und ab. Kannst es denn wirklich keine fünf Minuten ohne Mary aushalten, Jim, sagte sie, es ist ja nicht gerade schmeichelhaft für mich, dass du dich nicht einmal so kurze Zeit mit meiner Gesellschaft beglügen willst. Komm, lass gut sein, Mädchen, erwiderte ich und streckte meine Hand freundschaftlich nach ihr aus, aber im selben Moment hatte sie die schon mit ihren beiden Händen umklammert und die brannten wie im Fieber. Ich schaute ihr in die Augen und da war mir alles klar. Kein Wort brauchte sie zu sagen und ich auch nicht. Stirnrunzelnd zog ich meine Hand zurück. Sie stand eine Zeitlang schweigend neben mir, dann hob sie die Hand und klopfte mir auf die Schulter. Ruhig Blut, alter Jim, sagte sie und lief mit einer Art spöttischen Auflachens aus dem Zimmer. Nun, von diesem Tag an hasste Sarah mich aus tiefster Seele und weiß Gott, sie ist eine Frau, die sich aufs Hassen versteht. Ich war ein Vollidiot, da sich sie länger bei uns duldete, ein Vollidiot, aber Mary sagte ich kein Wort davon, denn ich wusste, es hätte ihr wehgetan. Alles ging ungefähr so weiter wie zuvor, nur dass es mir nach einer Weile schien, als hätte sich bei Mary selbst etwas verändert. Sie war stets so vertrauensvoll und arglos gewesen, nun aber wurde sie seltsam und misstrauisch, wollte wissen, wo ich gewesen sei, was ich gemacht hätte, von wem die Briefe seien, die ich kriegte, was ich in meinen Taschen hätte und tausend andere so dumme Sachen. Von Tag zu Tag wurde sie seltsamer und reizbarer und wir hatten ständig Krach wegen nichts und wieder nichts. Ich konnte mir gar keinen Reim auf all dies machen. Sarah ging mir jetzt aus dem Weg, aber sie und Mary klebten förmlich aneinander. Heute sehe ich es nur zu deutlich vor mir, wie sie gegen mich intrigiert und ränke geschmiedet und meiner Frau die Seele regelrecht vergiftet hat, aber damals war ich so blind wie ein Regenwurm, dass ich überhaupt nichts begriffen habe. Dann brach ich meine Enthaltsamkeitsgelübde und fing an, wieder zu trinken, aber es wäre wohl nicht passiert, wäre Mary noch die gleiche gewesen wie früher. Doch jetzt hatte sie wirklich Grund, mich zu verabscheuen und die Kluft zwischen uns beiden wurde breiter und breiter und dann mischte sich auch noch dieser Alec Fairbain drein und alles wurde noch tausendmal schlimmer. Anfänglich war er in unser Haus gekommen, um Sarah zu besuchen, aber bald kam er zu uns allen auf Besuch, denn er war ein Mann von einnehmendem Wesen, der sich überall Freunde zu machen verstand. Er war ein flotter, schneidiger Kerl, so ein gepflegter Kräuselkopf, der in der halben Welt herumgekommen war und von seinen Erlebnissen zu erzählen wußte. Er war ein guter Gesellschafter, das muss ihm der Neid lassen, und für einen Seemann hatte er ganz wunderbar feine Manieren, so dass ich fast glauben möchte, dass er früher einmal mehr auf dem Offiziersdeck als Mannschaftsraum zu schaffen hatte. Einen Monat lang ging er in meinem Hause ein und aus, und nicht ein einziges Mal wäre mir der Gedanke gekommen, dass er Unheil anrichten könnte mit seiner gefälligen einschmeichelnden Art, aber dann sah ich etwas, das meinen Argwohn weckte, und von dem Tag an war es für immer aus mit meinem Seelenfrieden. Eigentlich war es nur eine Kleinigkeit, Ich war unverhofft in die Stube getreten, und als ich auf der Schwelle stand, sah ich das Gesicht meiner Frau erwartungsvoll aufleuchten. Als sie jedoch sah, wer es war, verschwand dieser Ausdruck sogleich wieder, und sie wandte sich ab mit einem enttäuschten Blick. Das sagte mir genug, sie konnte nur Alec Fairbaines Schritt mit meinem Schritt verwechselt haben, wäre er mir damals in die Finger gekommen, ich hätte ihn auf der Stelle getötet, denn wenn mein Temperament mal mit mir durchgeht, bin ich der reinste Irre, es war schon immer so. Mary sah, dass mir der Teufel aus den Augen blickte, lief auf mich zu und faßte mich beim Ärmel. Tu's nicht, Jim, tu's nicht, sagte sie. Wo ist Sarah? fragte ich. In der Küche, sagte genug sind für dieses Haus, dann bin ich auch nicht mehr gut genug dafür. Das kannst du halten, wie du willst, sagte ich, aber wenn dieser Färbein sich noch einmal hier blicken lässt, dann schicke ich dir ein Ohr von ihm zum Andenken. Mein Gesicht muß sie wohl erschreckt haben, denn sie gab kein Wort zurück und verließ noch am selbigen Abend unser Haus. Nun, ich weiß nicht, ob es die schiere Lust an der Bosheit war, was diese Frau trieb, oder ob sie hoffte, mich meiner Frau abspenstig machen zu können, wenn sie sie auf Abwege brachte. Jedenfalls bezog sie ein Haus nur zwei Straßen von dem unsrigen entfernt und vermietete ein Zimmer an Seeleute. Fairbain stieg dort ab und Mary ging manchmal vorbei, um mit ihrer Schwester und ihm Tee zu trinken. Wie oft sie dort war, weiß ich nicht, aber eines Tages folgte ich ihr, und als ich die Tür aufriss, verdrückte sich Fairbain dieses feige Stinktier über die Gartenmauer hinter dem Haus. Ich schwor meiner Frau, ich würde sie umbringen, falls ich sie noch einmal mit ihm antreffen sollte, und schluchzend, zitternd und weiß wie ein ließ sie sich von mir nach Hause bringen. Von Liebe war jetzt keine Spur mehr zwischen uns. Ich sah, dass sie mich fürchtete und hasste, und wenn der Gedanke daran mich zur Flasche greifen ließ, dann verachtete sie mich auch noch dazu. Nun, Sarah musste feststellen, dass war für eine Rundreise ausgelaufen, die sieben Tage dauern sollte, dann kam aber ein Fass ins Rollen und wir lockerten eine unserer Stahlplanken, sodass wir für zwölf Stunden in den Hafen zurückkehren mussten. Ich ging von Bord und machte mich auf nach Hause, in der Meinung meiner Frau eine Überraschung bereiten zu können, und in der Hoffnung, sie würde sich freuen, mich sobald wiederzusehen. Mit diesem Gedanken im Kopf bog ich in unsere Straße ein und just in diesem Augenblick fuhr eine Droschke an mir vorbei, und da saß sie drin, an der Seite dieses Fairbain, und die beiden schwatzten und lachten drauflos und nahmen gar keine Notiz von mir, während ich auf dem Bürgersteig stand und sie beobachtete. Eins sage ich ihnen, und ich gebe ihnen meinem Traum. Ich hatte mächtig viel getrunken in der letzten Zeit, und nachdem auch das jetzt noch passiert war, wusste ich überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf stand, noch jetzt hämmert es in meinem Schädel, als wäre da ein Dockarbeiter zugange, aber an jenem Morgen kam es mir so vor, als brausten und tosten mir die ganzen Niagara-Fälle durch die Ohren. Ich nahm also die Beine in die Hand und rannte hinter der Droschke her. Ich hatte einen schweren Eichenstock dabei, und das sage ich ihnen, ich habe vom ersten Augenblick an rot gesehen. Aber beim Rennen kam das klare Denken zurück, und ich begann, ein wenig Abstand zu halten, damit ich sie sehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Es ging nicht lange, und sie hielten beim Bahnhof an. Beim Fahrkartenschalter war eine Menge Leute, so dass ich ziemlich nah an sie rankommen konnte, ohne dass sie mich bemerkten. Sie kauften Fahrkarten nach New Brighton. Das tat ich auch, stieg aber drei Waggons hinter ihnen in den Zug ein. Nachdem wir angekommen waren, spazierten sie zuerst die Seepromenade entlang, ich immer hinterher, nie mehr als hundert Yards von ihnen entfernen. Dann sah ein sehr heißer Tag und sie dachten bestimmt, auf dem Wasser draußen sei es kühler. Es war just, als würden sie mir ausgeliefert. Es war leicht dunstig und man konnte höchstens ein paar Hundert Yards weit sehen. Ich mietete ebenfalls sein Boot und ruderte ihnen nach. Ich sah ihren Kahn als verschwommenen Fleck vor mir, aber sie kamen fast so schnell vorwärts wie ich, und als ich sie einholte, waren wir gut eine Meile von der Küste entfernt. Von allen Seiten umgab uns der Dunst wie ein Vorhang und in der Mitte davon waren wir drei. Mein Gott, ihre Gesichter, als sie bemerkten, wie an dem Boot saß, das sich ihnen näherte, ob ich die wohl je vergessen kann? Sie schrie gellend auf. Er fluchte wie ein Wahnsinniger und stieß mit einem Ruder nach mir, denn er musste den Tod in meinen Augen gelesen haben. Ich wich aus und konnte ihm eins überziehen mit meinem Eichenstock, was ihm den Schädel wie ein Ei zerquetschte. Sie hätte ich vielleicht verschont, ob schon ich völlig außer mir war, aber dann warf sie schluchzend die Arme um ihn und rief auch noch laut Erlek und da stuck ich ein zweites Mal zu und schon lag sie neben ihm. Ich war in diesem Augenblick wie ein wildes Tier, das Blut geleckt hat. Wäre Sarah da gewesen, weiß Gott, sie hätte es gleich mit erwischt. Ich zog mein Messer und nun ja, den Rest kann ich mir wohl sparen. Es erfüllte mich mit einer Art wilder Freude, mir vorzustellen, wie es Sarah wohl zumute sein würde, wenn sie dann sähe, was sie mit ihrer Intrigerei da angerichtet hatte. Dann band ich die beiden Leichen im Boot fest, schlug ein Loch in die Planken und wartete, bis das Boot gesunken war. Ich wusste genau, der Bootseigner würde annehmen, sie hätten im Dunst die Orientierung verloren und seien auf offene See hinaus getrieben worden. Ich säuberte mich, brachte meine Kleider in Ordnung, ruderte an Land und ging an Bord meines Schiffes, ohne dass auch nur eine Menschenseele ahnte, was geschehen war. Noch am selben Abend machte ich das Paket für Sarah Cushing bereit und am folgenden Tag schickte ich es in Belfast ab. Nun haben sie die ganze Wahrheit gehört, hängen sie mich oder machen sie mit mir was sie wollen, doch wie sie mich auch bestrafen mögen, nichts wird der Strafe gleich kommen, die ich schon erdulde. Ich kann die Augen nicht zumachen, ohne dass diese beiden Gesichter mich anstangen, sie starren mich an wie damals, als ich mit meinem Boot durch den Dunstschleier brach. Ich habe sie schnell getötet, sie aber töten mich langsam, und wenn ich noch so eine Nacht durchmachen muss, so bin ich noch vor dem Morgengrauen entweder wahnsinnig oder Tod. Sie sperren mich doch nicht allein in eine Zelle, Sir, um Gottes Willen tun sie das nicht, und möge mit ihnen in der Stunde der Not so verfahren werden, wie sie jetzt mit mir verfahren. Was ist der Sinn von all dem Watson, sagte Holmes mit ernster Miene, als er das Papier sinken ließ, welchem Zweck dient dieser ewige Kreislauf von Elend, Gewalt und Angst. Dies alles muss doch auf ein Ziel zuführen, denn sonst würde unser Universum ja vom Zufall regiert, und das ist schlicht und denkbar. Doch was für ein Ziel, das ist die große, uralte, wieder- und wiedergestellte Frage, von deren Beantwortung der menschliche Geist so weit entfernt ist, wie eh und je. Beantwortung